Musik Wie beim zehnjährigen Jubiläum 5000 Leute im klitschnassen Regen auf der Vogelwiese stehen und sich den Spaß nicht verderben lassen. Und Jungs sehen wollen, die seit dem 16. Lebensjahr nicht wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen. Und dafür muss man einfach ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen nach Hause senden, der sich am Freitag oder am Samstagabend von seiner Couch auf erhebt und sagt, da fahre ich jetzt hin. Es ist schon schwierig, jemanden zu finden, der an Dudelsack zuverlässig gut spielt. Das Komplizierteste umzusetzen, das war eigentlich letztendlich das hydraulische Schlagzeugpodest. Was wir aber dann gut vorne mit rangemacht haben, für Rammstein haben wir das hydraulische Podest ja doch genommen. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Gerade bei so einem großen Event finde ich es sehr, sehr interessant, auch mal mit Geigern oder Chorsätzen zu proben. Also Lars Köppel ist immer wieder, mit ihm was zusammenzumachen, ist immer wieder schön. Viel schwieriger war es, einen Chor zu finden. Wir haben jetzt einen fetten DJ da. Und auf jeden Fall, dass es irgendwo für uns alle ein unvergesslicher Abend wird. Das habe ich mir damals gewünscht. An allem, was man sagt, an allem, was man sagt, ist nicht. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Ich komm vorbei, du kommst vorbei, komm wer vorbei, sind wir nicht da. Leicht als leicht ist es nicht weit von hier zu dem, was noch nicht wahr ist. Einige werden sich gedacht haben, Mensch, die haben eine Meise. Hier mache ich vielleicht einfach mal mit, um mal zu sehen, entweder es wird was richtig Geiles oder die fallen richtig auf der Fresse. Zehn Jahre, warum haben wir das gemacht? Nächste Frage. Alles in allem haben wir. Wir haben doch das Wichtigste und das Schönste umgesetzt gekriegt, gerade das Feuerwerk zum Schluss. Vielen, 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 vielen Dank. Schau! Vielen, 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 vielen Dank. Also, wenn ich mir das kurz überlege, es ist wahrscheinlich für jeden Einzelnen, egal ob Schlagzeuger oder Sänger, wahnsinnig interessant, wenn man sich die letzten zehn Jahre mal anschaut, wie beim zehnjährigen Jubiläum 5000 Leute im glitschnassen Regen auf der Vogelwiese stehen und sich den Spaß nicht verderben lassen. Und Jungs sehen wollen, die seit dem 16. Lebensjahr nicht wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen. Und dafür muss man einfach ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen nach Hause senden, der sich am Freitag oder am Samstagabend von seiner Couch auferhebt und sagt, Da fahre ich jetzt hin. Das sind meine letzten Worte. Und der Himmel hat sich langsam gedreht. Hat sich langsam gedreht. Hat sich langsam gedreht.